Servus und Willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty Black Ops 2 hier in der Map Slums. Wir spielen Team Deathmatch mit der SWAT 556 und dann würde ich sagen schauen wir mal ob wir heute was reißen können Schade Na gut, ist noch nichts vorbei Jawoll, dich hab ich Spezi Verbündete Drohne nähert sich Erschütterungsgranate geworfen, bin beim Nachladen Okay, hier drin rührt sich nichts Drohne nähert sich Wir haben die Kontrolle übernommen Kämpfe runter Hunter Killer Drohne eingesetzt Wir haben die Kontrolle verloren Wieder voll dran vorbei gelaufen Vorräte unterwegs Vorräte unterwegs Auge Hilfe Da war einer Ja Ah Mist Schade, die Position war gar nicht so schlecht Perfekt Achtung Feindlicher Werfe Granate Jawoll Perfekt Granate Alle weg hier Achtung Feindliche Drohne näher sich Achtung Okay, hier gehts grad rund Werfe eine Granate Uah Erschütterungsgranate geworfen Jawoll Perfekt Da war wieder einer So Ein Assist Perfekt Jawoll Cool, cool, cool Cool, cool Jawoll Perfekt Die Position ist gut Wenn mich keiner von der Seite killt Genau, super Darauf hat der doch nur gewartet So eine Sau Jawoll Jawoll Den nächsten Fein 3 Gern 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 Mist, jetzt war ich so gut unterwegs Gern 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 Ah, cool Da war einer Gern Erschütterungsgranate geworfen. Jawoll. Was hat jeder gemacht? Ja, das läuft doch, würde ich sagen. Das läuft. Mal ein paar Kills gemacht. Schade. Ja, der hat mich laufen sehen. Der hat mich laufen sehen. Oh, der war schlecht geworfen. Oh, der war keiner. Dann kommt einer von uns. Ach komm. Schade. Eine Niederlage eingesteckt. Trotzdem war ich nicht so schlecht. Ein paar Kills mitgenommen. Eine gute Serie hingelegt. 12 zu 8. Ja, nicht so schlecht. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.